Wir haben daraufhin also auch unser Angebot sehr erweitert, das heißt wir unterstützen den Kunden in den ersten Jahren der Betriebsführung, wenn er möchte. Wir machen aber auch eine vollständige Übernahme der Sache. Betriebsführung heißt für uns Management. Wir machen keine Arbeit, die ein Systemintegrator macht als Handwerker oder in seinen Wartungs- und Servicearbeiten. Wir optimieren und regeln die Systeme mit ein und zwar in der ersten Phase, um an den praxisgerechten Bedarf ranzukommen.